Da habt ihr nix zu suchen. Aber ich will meine Steuern zahlen. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Gute Frage, was mach ich hier überhaupt? Was ist hier nur los? Äh... Questlog gibt es nicht. Ich habe vergessen, was wir machen müssen. Rinnen. Haben wir da schon drinnen? Drinnen bei den Rinnen? Oh, wir waren schon drinnen bei den Rinnen. Ach, gut. Oder war hier nicht jemand, dem wir ein Losungswort sagen mussten? Wie war so? Willkommen in Krüthürs. Ja, hallo. Ich würde so gerne mal das Schloss sehen. Aber wir normalen Bürger dürfen da nicht einfach so rein. Außer wenn wir verschleppt werden und für den König arbeiten müssen. Familie Künhoff. Äh... Ich sehe keine Truhe. Und tschüss. Allerdings... Vielleicht müssen wir auch mit irgendjemandem hier sprechen. Ah... Hallo. Ich mag deine Frisur. Ich glaube, dass die Eltern heutzutage nicht mehr hart genug durchgreifen. Es ist doch immer wieder dasselbe. Schläge müssen die Kinder bekommen. Schläge, Schläge, nichts als Schläge. Und dann hören sie irgendwann auf zu fragen. Mein Papa hat gesagt, ich sollte nicht mehr weggehen, da ich schon zu viel Spaß gehabt hätte. Dein Spaß-O-Meter ist ausgelaufen heute. Wird nicht mehr gespielt. Und jetzt voll eins auf die Fresse. Ups. Hetzert knackt. Passiert. Passiert. Fam... Was? Familie Kuni. Äh... Wo müssen wir hin? Mein Mann ist so unglaublich faul. Immer faul, dann ist er irgendwo in der Stadt. Statt mir mal beim Haushalt zu helfen. Dabei gebe ich mir solche Mühe beim Herumstehen auf dem Teppich. Wenn ich denen die Finger kriege, dann... Dann... Ich weiß, wo er ist. Den schnappe ich mir. Die faule Sau schnappe ich mir. Und dann sammle ich zusätzliche Erfahrungspunkte und Gold! Gold! Teures, wertvolles Gold! Gold! Wer bist du? Es ist... Kenne ich auch schon. Da ist die faule Sau! Äh... Ähm... Ah! Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, du bist ganz okay. Yay! Ähm, ich glaube Ihre Frau sucht schon nach Ihnen. Meine... Frau? Ich habe gar keine Frau mehr. Sie ist schon seit 5 Jahren tot! Oh verdammt! Könnt ihr mich zu ihr bringen? Ich... Äh... Jetzt soll ich Nudelholz fliegen! Ich benutze euch einfach als Schild! Ha! Super! Es ist wirklich eine Quest! Familie Kuni! So, da sind wir! Jetzt kriegst du tierisch einmal aufs Maul! Richtig gute Erziehung! Du... Du alter, fauler Lump! Was hast du schon wieder... Wo hast du schon wieder gesteckt? Etwa dieser Frau? Ich... Äh... Äh... Ich weiß nicht! Spare dir deine Lügen! Ich knüpfe euch mir gleich vor! Vielen Dank, dass ihr meinen nicht nutzigen Mann aufgetrieben habt! Dem werde ich erstmal eine Laktion erteilen! Nehmt dies als kleine Anerkennung! Quest erfüllt! Kraftband erhalten! Ach, super! Das ist ja toll! Eine Sidequest, die man sich selbst zusammenreiben muss! Nicht schlecht! Kraftband erhöht Stärke plus 10 und vermindert Mentalität plus 10! Jo... Wer hat denn sowieso so wenig Mentalität, dass da keinen Wert darauf liegt? Tapiu! Dann bekommt er diesen Ausrüstungsgegenstand! Kraftband! So! Und Tarasio nimmt dafür einfach den Wasserring, denn dann hat sie halt was an den Fingern! Sehr schön! Das hat sich doch gelohnt! Aber wie kommen wir jetzt weiter? Die gute alte Frage! Die Fragen aller Fragen! Wo geht es im Leben weiter? Wohin führt uns das Leben schließlich? Ach, die haben doch Fangen gespielt! Genau! Hm... Halten wir uns mal an der Mauer entlang! Ich glaube, oben rechts habe ich mich ja nicht umgesehen! Vielleicht ist da irgendwo ein Loch in der Wand! Oh! Nicht verdächtig! Hier! Ah! Da war doch einer, der war verkleidet als Krötjof-Soldat! Ah, keine Sorge! Ich mache Spaß! Ich sehe zwar aus wie ein königlicher Soldat, aber es ist anders, als ihr denkt! Naja, genau gesagt bin ich eigentlich doch einer, aber ich schwörte meine Treue bloß dem alten König, der Neue ist ein furchtbarer... Ach so ist das! Okay! Nicht doch bloß das Unternehmen könnte! Wir müssen mal dringend mit dem König reden! Hilfst du uns ins Schloss zu kommen? Ihr begebt euch in Lebensgefahr, wenn ihr euch hinter diese Mauern umtreibt, ne? Das wissen wir! Aber es ist wirklich, wirklich wichtig! Naja, mir soll es recht sein, aber er macht mir keine Schwierigkeiten, sonst rollen Köpfe! In erster Linie meine! Meine Herren! Äh, keine Sorge! Äh, was müssen wir tun, um über die Mauern zu kommen? Rüberklettern! Bleibt einfach genau dort stehen! Das hilft uns aber nicht weiter! Ja! So kann man sich auch einigen Aufwand ersparen, nicht wahr, Sui? Autsch, das hat weh! Aber immerhin sind wir hinter der ersten Stadtmauer! Die erste? Beim Haupteingang würdet ihr ohnehin nicht weiterkommen! Einen anderen Weg rein gibt's nicht, außer rübergeboxt zu werden! Keine Leitern oder so etwas! Oder ein Trampolin! Nein! Gibt es hier unten noch Secrets? Wahrscheinlich nicht, aber wir speichern erst einmal! Ja! Ach, Moment! Ich muss mir den Teebeutel aus der Tasse nehmen! Moment! Äh, okay! Oh, hab ich getropft! Nee! Alles okay! Nee, hier gibt es anscheinend nichts! Ich geh jetzt nicht weiter nach links! Ich geh jetzt nicht weiter nach links! Schnatten da! 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 Wisst ihr, was ich an XP-Spielen so hasse? Dass sich Figuren so klein sind, im Gegensatz zum restlichen Bildschirm! Ich mag das nicht! Okay, die Mauer ist dann noch höher! Oh mein Gott! Jetzt brauchen wir jemanden mit richtig Kraft in der Faust, der uns richtig hoch rüberboxt! Ja! So ist das! Oh, ein Riss in der Wand! Wir brauchen Bomben! Oh mein Gott! Das ist ein schönes Mapping! Ach, das ist ein schönes Mapping! Ja! Ach, das Dach hört auf! Gut! Gut, gut! Können wir hier vielleicht doch irgendwo rein! Habe ich etwas übersehen? Was? Wie? Der ist wirklich unerlaubt im Gebiet. Das Schlossaufzeichen wird sofort eingesperrt. Mitkommen! Wie? Was? Wer? Wo? Ich hab doch nichts gemacht. Lulekseifer, Tapia und Terrasse, wurden in den Kerker von Schloss Kryptius geworfen und warteten auf das Urteil des Königs. Doch nun, ja, bis sie verhungerten, ne? Kurze Zeit später traten sie den letzten Marsch an. Sie wurden alle zum Tode verurteilt. Ja. Gut. Okay. Dramatisch. Anstatt einfach wieder an den Anfang teleportiert zu werden, nein, man muss den Spielstand wieder laden. Und dann den ganzen Weg nochmal gehen, weil... äh, wir hier speichern können. Ja. Dramatisch. Ah, dieser verdammte Schnupfen. Auch deswegen trinke ich Hümpfe. Pfe... Peppermints-Tee. Wie die Engländer sagen würden. Black. Und dazu... Chips and Onion. Ne, das hieß bei denen irgendwie anders. Moment, speichern. ... Potatoes and... Irgendwas mit Chips war das. Okay. Der findet uns nie. Nie findet der uns! Sollten wir aber gut genug versteckt sein, oder? Bitte, 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 bitte! Bitte, bitte, bitte! Seid leise! Pssst! Pssst! Psst! 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 Psch! Psch! Diese Busch sollte uns genügend Schutz... geben! Hat zufällig jemanden Karton bei sich? Dann könnten wirue uns ihn durchsneaken. Hä! Eine Kiste! Ein Karton! Hier. Ja, nö, ist klar. Ich hätte mir doch einen Karton besorgen sollen. Moment. Okay. Das ist Rätselraten verstecken. Wir hätten noch was von einem Kind lernen können. Wir hätten noch was von einem Kind lernen können. Okay, vielleicht funktioniert das hinter dem Busch. Der einzig wahre Busch. Der Präsidentenbusch, könnte man sagen. Ha. Ha. Vielleicht hier. Da findet er uns nie. Weil wir uns so nah an den Baum lehnen. Ja. Warum muss ich das machen? Scheißen Dreck. Ständig erwischen die mich. So, jetzt probiere ich einfach mal hier zu stehen. Und mal schauen, ob der uns sieht. Ja. Tut er. Tut er. In der Tat tut er das. Okay. Okay. Also der eine Busch scheint richtig zu sein. Leck, 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 leck. Kein Speichern. Nein. Ist vielleicht besser. Was? 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 Was mache ich denn? Du rennst schließlich ständig in die Reihen, seid schuld! Ja, das stimmt ja auch zum Teil! Aber auf der anderen Seite macht das überhaupt keinen Sinn hier! Okay, pass mal auf! Wir rennen jetzt mal hier um die Ecke! Die sollten uns dann nicht finden können! Haha! Ich bin intelli... klug! Scheiße! Ah! Gottes Willen! Was? Wer? Wie? Wo? Ah! Mann! Wie total nicht nervig! Kennen wir doch gleich hier lang! Ja, ist doch toll! Ich habe das Spiel ausgetrickst! Du siehst mich nicht! Ja, genau! Du darfst dich nicht bewegen! Denn wenn du dich bewegst, könnte ich die Wachen besser sehen! Du musst dich auf den Boden legen! Und ganz still sein! Außerdem nehme die Tarnfarben deiner Umgebung an! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Ja!